Darauf freuen sich die Schüler riesig. FCA-Spieler Markus Vollner besucht die Klasse 6a der St. Georg Volksschule in Augsburg. Und alle sind aus dem Häuschen. Die Schüler haben beim Lesewettbewerb Summer Reading der Stadt Augsburg das Treffen mit dem Fußballprofi gewonnen. Auch für Markus Vollner ein toller Termin. Das ist eine schöne Abwechslung. Man sieht, dass die Kinder alle Fußball oder FC Augsburg interessiert sind. Das ist einfach schön zu sehen und da einfach mal einen Besuch abzustatten. Ich glaube, das ist für die eine richtig tolle Sache. Die Schüler nutzen die Gelegenheit. Sie fragen alles, was sie schon immer über Fußball wissen wollten. Markus Vollner freut sich über so viel Interesse und beantwortet geduldig alle Fragen. Seine spannenden Einblicke, aber vor allem ihn selbst, finden die Schüler richtig super. Sehr nett und sehr cool. Ich finde seine Erlebnisse, wie er uns erzählt hat, dass er mal einen Fahrzeug geschossen hat, finde ich sehr lustig und sehr cool. Ich finde ihn lustig und nett. Cool. Also sympathisch. Also ich finde ihn nett. Ich finde es auch toll, dass er so etwas unterstützt. Hier Autogramme geben für die Kinder. Heiß begehrt die Autogrammkarten von Markus Vollner. Im rekordverdächtigen Tempo erfüllt er alle Wünsche. Niemand soll mit leeren Händen nach Hause gehen. Auch der Schulrektor freut sich über den Besuch. Er weiß, diesen Tag werden die Schüler so bald nicht vergessen. Für unsere Schüler und Schülerinnen ist es ein besonderes Ereignis. Und ich finde es toll, dass eben der FCA und die Spieler sich bereit erklären, da ihre Zeit dafür zu opfern und zu kommen. Also für uns ist es natürlich ein Highlight, wenn so etwas passiert. So viel FCA und Fußballbegeisterung, das bringt auch das Herz eines Profis zum Schmelzen. Ja, das ist schön, wenn die ganze Stadt dahinter steht. Auch die jungen Fans, man braucht das. Man braucht fußballbegeisterte Leute in der Stadt. Und man wird ja von dieser Euphorie auch getragen und hilft auch in schweren Zeiten. Und das ist eine schöne Sache, dann auch mal ein bisschen was zurückzugeben, auch Kontakt zu den jungen Leuten zu haben. Markus Vollners Besuch in der Klasse 6a. Das finden die Schüler echt cool. Bis zum nächsten Mal.